Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit der Aktion Reise in Schnappschüssen und Steinfresser Affenklippe. Es ist immer noch der Roman, den dieser Autor von Liyue damals geschrieben hat, erarbeitet immer noch an diesem Roman. Das ist der Roman von gestern, der hieß nämlich Steinfresser. Diesmal sagte er, er wolle ein Umschlagbild, auf dem die Hauptfigur ihr Schwert in der Nacht auf beeindruckende Weise schwingt. Ich habe zwar schon viele Schwertschwünge gezeichnet, aber dieses Mal will ich mir etwas Neues ausdenken. Reisender, kennst du irgendeinen besonderen Schwertschwungsstil von Liyue? Zu fotografieren das Ziel in der Nähe des Juyun-Casts. Zwei Fotopunkte im Bild. Figur soll eine Liyue-Figur sein. Beim Fotografieren soll sie in die Kamera gucken. Fotografiere den Moment, in dem die Figur Standardangriffe ausführt. So, wir sind da. Was ich nur komisch finde, ich meine, gut, das wäre wahrscheinlich ein bisschen unfair, aber... Oh, mir fällt gerade auf, ich habe schon wieder den Fotoapparat nicht ausgerüstet. Das hätte er gerade gesagt, Schwertschwung ist irgendwie unlogisch, dass man dann theoretisch auch mit einer... Also, es steht nur Standardangriff, also, keine Ahnung. Irgendwie ein bisschen unlogisch, finde ich. Oh, das sieht cool aus. Wow. GG. GG Power. Nice. Alright. Aber ja, anscheinend hätte man das auch mit einer Stangenwaffe oder einem Zweihänder machen können, schätze ich. Dieser Autor ist wirklich sehr stark. Er kann eine Geschichte immer fortsetzen, obwohl sie sich schon mehrmals anfühlte, als wäre sie schon fertig. Und diese Geschichte hier kommt auch sehr gut bei den Lesern an. Eine erstaunliche Leistung. Eine erstaunliche Leistung und erstaunlich viel Urgestein. Oh, es geht weiter mit Steinfresser. Baldachin der Abenddämmerung. Ein Krieger, der in der Dämmerung steht. So wie es aussieht, handelt es sich diesmal um eine ganz gewöhnliche Anforderung. Vielleicht bräuchte man die Zeichnung für ein Umschlagbild und später kann sie als Bild für Autogramme oder Verwerbung verwendet werden. Aber wie kann ich diese Zeichnung spannender gestalten? Außerdem, warum wird diese Geschichte immer wieder weitergeschrieben? Ich dachte, die wäre schon längst zu Ende. Schon wieder Chew Youngcast. Drei Fotopunkte. Fotografiere am spätnachmittags 16 bis 18 Uhr. Figur soll die Kamera sehen. Fotografiere den Moment, in dem die Figur ihre Warteanimation ausführt. Alright. So, wir sind hier. Jetzt müssen wir eigentlich nur auf die Warteanimation warten. Mal gucken, wann Chi-Chi bereit ist, sich zu langweilen. Kann sich nur um Stunden handeln. Ohne Spaß. Früher kam mir das immer so vor, als würde das relativ schnell gehen. Wenn man natürlich nicht darauf achtet. Aber jetzt, wo man dann tatsächlich darauf wartet, dass sie die Animation ausführen, passiert es gefühlt erst nach einer heuerten Stunde. Ich hätte nicht erwartet, dass es diesem Autor gelungen ist, die Geschichte weiterzuschreiben und die Fortsetzung ist immer noch so beliebt. Es stimmt, dass er ein großartiger Autor im Bereich der kurzen Erzählung ist. Außerdem ist er in einen anderen Bereichen auch sehr bewandert. Was das Schreiben von Romanen und den Umgang mit Redakteuren angeht, ist er absolut erstklassig. Ich muss mich jetzt auch zusammenreißen, um ein richtig tolles Bild zu zeichnen. Ja, dann sage ich doch danke fürs Urgestein, danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.